Moin Moin und herzlich Willkommen zu The Elder Scrolls Adventures Redguard. Ja, jetzt nach Daggerfall machen wir das hier. Fangen hier ein neues Spiel an. Ich weiß jetzt nicht warum das hier Continue hat, weil ich spiele das jetzt eigentlich wirklich das erste Mal. Hatte vorher noch nie gespielt, aber ich weiß es nicht. Vielleicht hat das irgendeinen Grund. So, dann fangen wir ein neues Spiel an. So, die Musik ist auf jeden Fall schon mal klasse. Müssen wir auch erst mal schauen, wie die Steuerung funktioniert. Ja, und jetzt auch das erste Elder Scrolls, was ich mit Facecam überspiele. Vorher hatte ich ja noch ohne Facecam, jetzt fange ich mal mit Facecam an. Oh, da war man kurz über Skyrim. Was ich zu Redguard weiß, es findet auf der Insel Stross Makaya statt. So. Und das erste Spiel, wo Scott Howard mitgemacht hatte. Die Musik finde ich auf jeden Fall nicht gut war. Aber Grafik? Na ja, da gibt es noch nicht so ganz das Beste. Aber halt wehtu es, halt alt. So. Und das erste Mal, dass man noch richtig sieht, wer da alles hinter steht. Okay, ist schwer zu lesen. Vielleicht auf den alten PCs war er besser zu lesen. Auf meinen wäre er nicht. So. Und seine Writing, konnte ich noch irgendwie gerade erkennen. Es ist late in der 2. Ere, eine Zeit der Kriege, als der Imperier von Tiber Septim sweeps durch die Kingdoms von Tamriel in einem glücklich bid für Konquest. Septim ist opposed auf alle Seiten, aber nie mehr fiercely als bei Hammerfell, der Ancestalt Home des Redguards. Der High King von Hammerfell, Fassad II, resists the Imperial invasions, even as he sees other kingdoms crumble. Until at last, without warning and surprisingly devoid of court treachery, death takes its whole measure. With its High King dead, Hammerfell is crippled, plunging into a bloody civil war between the Crowns, fighting for their homeland's continued sovereignty, and the Forbeers, who have finally accepted the Emperor's rule. The Crowns, led by the heir to Fassad, Prince Ator, are continually victorious, spilling the blood of the Forbeers across Hammerfell's sands. From his seat of power in the port city of Strossmachai, Prince Ator slowly reunites his father's unraveled kingdom. Okay. Feeling their impending defeat, the Forbeers sign a pact with the Emperor, allowing him to bring his armies in, crush the crowns, and rule Hammerfell as his own. Tiberseptim's armies prove too much for the proud red guard crowns. Tiberseptim sends his best commander, Lord Richton, to Strossmachai, to close the grip on Prince Ator and the crowns. The Prince rallies his forces for one last stand. Knowing that Hammerfell's sovereignty is at stake, the crown forces match the might of the Empire, meeting him in the harbor of Strossmachai for the final battle. The fighting is pierced. Lord Richton, having seen the Prince's victories at sea before, decides to bring his last resource to the fort. The dragon, Nathalilagus, proud jewel of the imperial crown. Ator commands his archers to ready their weapons, but is struck down himself by Richton's assassin, felled by an arrow whose poison spreads too fast. Ator's wizard attempts to save the Prince, but the dragon ends his magic and the crowns hope for victory in a single fiery breath. Having conquered the crowns, the Emperor's forces claim rule over all of Hammerfell. Imperial garrisons are stationed at every city, and Richton himself is named Provisional Governor. of Strossmachai. Months pass. The Red Guards of Hammerfell, both crown and forbear, learn to live under the new imperial rule, and Tiber Septim extends his reach into the rest of Tamriel. It is only through fate that any of this will come to concern our hero, Cyrus, a Red Guard who long ago left Hammerfell to wander the borderlands of the Empire. cremium, Cyrus, and Rwakachr Okudor. Let's make this short, Cerather. I've got work to do. Kalijatratatami. Siju. Ich werde mit Duodin in einer Stunde gehen. Ich bin Regiein, nur. Ich bin im Imperium. Ich bin auf Amroth. Du solltest wissen, du hast mir den Job bekommen. Am Trazir. Das erste Mal ist richtig. Das ist gut. Das ist gut. Das Seel ist kaputt. Ja, das stimmt. Ich werde. Ich habe eine Schicht. Ich donkey muss. Ich werde mit dem Koi in den Valko. Ich bin Geld und meine Beibeidee. Ich brauche ein Land. Die Sprache von den Kaschitis finde ich sehr komisch. Aber ey, das dauert irgendwie echt ewig. Die Sprache von den Körpersen verletzt. Die Sprache von den Körpersen verletzt. Die Sprache von den Körpersen verletzt. Das ist der Körpersen. Mit kruel, kruel, klarity. Wahrscheinlich würde es nicht eine Unterschiede, wenn ich gesagt habe, ich hatte keine Zeit für das. Das ist über Red God. Arme, boy. Stand aside. Ja, das ist eine Worte. Piratis und Politik. Von da, du hast es. Es ist niemals viel für Politik. In meinem Zeitpunkt, Piratis war honest work. Don't be a hero, boy. Wo ist die Geld in das? Die labern so viel. Okay, frage ich jetzt, wie man hier kämpft? Kommt jetzt ein Tutorial? Okay, mit Freitasten bewegt man sich. Wie kämpfe ich? Kann ich das irgendwie erfahren? Steuerung. Hier, Options. Controls, genau. Forward, back, left, right. Use this control. Okay. View Alt. Kann ich das? Ey, das hat mich so bescheuert gemacht. Sword ist es. Die Steuerung. Alter. Kann ich das anpassen? So. Items, Map, Lock, Sword. Kann ich auch nicht. Dann lasse ich das erstmal mit S. Okay, dann lassen wir das mal so. Okay, dann lassen wir das mal so. Lock, Lock, Lock. Lock. They let them to learn their own mistake. No mistake. Ist das so bescheuert? Okay. Mit, mit Steuern? Wie kämpiger ist wirklich. Unglaublich. No. He thinks to himself I'm overbred. Ist das so bescheuert? Wie kann man diese Idee? Tyreek. Captain, good to see you back in command. Ah, please call me Brennan. You disposed of those ruffians so quickly, I had no time to retrieve my sword from my cabin. That's so, hm? Look, over there. Wow, wie das ist. Ich raff gerade gar nichts. Na ja, ist halt, äh, das erste storylastige Game von denen. Konnten wir keinen Charakter selber erstellen. Aber wenigstens mal die Geschichte der Rot-Bardon. Können wir mal miterleben. Ich hoffe, das Letters findet deine Hand, Fred. Meine letzten Reise haben mich zu Straß-Machai, und niemand hier hat gesehen deine Frau für drei Monate. Ich fühle mich das Schlimmste. Ich fühle mich zuerst, zu bleiben für ein paar Wochen. Ich werde die Dragontail in, wenn du zurückkommst. Tobias. Okay, so macht man es. Muss ich selber machen. Äh, kann ich schneller laufen? Oder kann ich nur so langer? Okay, Spatial können wir noch springen. Okay, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich schneller laufen kann. Äh, nee. Nee. Äh. Warte mal. Ich muss jetzt mal Steuerung nochmal drauf haben. Was ist jetzt nochmal hier für Äh, Shift ist Walk. Und Run. Gibt es hier nicht, ja? Ah, warte mal. Hier können wir auch mal irgendwie die Äh, nein. Sounds anpassen. So, machen wir mal so. Jo. Aber warte mal. Gibt es hier vielleicht auch die Möglichkeit, es auf Deutsch zu machen? Nee. Äh. 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 Screen Size. Lassen wir mal so. Das Beste, was wir kriegen. Hey, Simon. Ah, okay. So geht das. Ich muss von Shift gedrückt halten, um zu rennen. Wie kann ich mit den Leuten hier aber quatschen? Ich muss das erstmal alles noch lernen. Talk to man. Ben? Hallo. Ich wollte mit dir talken. Kann ich nicht? Wie kann ich mit dem? Wie quatsch ich mit dem? Hä? Okay. Ich muss nochmal die Controls hier ansehen. Controls. äh. Use. Ah. Nee, warte mal. Forward, Back, Left, Right. Genau. Use Control. View. Alt. Jump Space. Walk. L. Items. I. Path. Next Period. Brief Comma. Ich muss wirklich dann hier, um zu quatschen, Alt drücken, oder? Dauert auch ewig, bis da anfängt, noch zu rennen. One moment. Sorry, ma'am. Imperial sind überall. I don't talk with strangers. Ah, okay. Jetzt stelle ich mir die Frage, kriegen wir auch hier der dritte Gassen, oder so? One moment. Sorry, ma'am. Imperial sind überall. I don't talk with strangers. Okay, äh, wo finde ich jetzt aber den Dragon Tail Tavern, oder Dragon Tail Inn? Was ist das hier? Enter Garrix Goods. Ah, okay. Wir sehen schon, wie der Laden heißt. Ach so. Ja. Was habe ich für Items? Saber Gold Health Potion Letter. Ah, okay. Äh, nein, 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 nein. Zurück. Steck den wieder ein. Was ist denn das? Open Door. Ich habe keine Ahnung, was das genau ist. So. Hier in Imperials. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Wo ich die Taverne da finde, in den Inn. Jetzt irren wir erstmal hier ein bisschen rum. Aber können die geile Musik auf jeden Fall mitgenießen. Jo, alles klar. Ja, die Steuerung ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. was ist das? Enter Harbor Tower. Hier könnte vielleicht eine Taverne sein. Warehouse. Hi there. Okay. Was denn das? Enter warehouse. Was wollte die jetzt die Lady da von uns? Mit ihren Warehouse. So, was will die? May I trouble you for a moment, my lady? Lady, you say? You must be new and down. Besides, Sie only would have remembered you. Cyrus, at your service. A friend is meeting me at the Dragon's Tale. Do you know it? Shooter, Sion knows it all right. Used to be a favorite of mine to let damn Luzer Black you got a hundred mighty on it. Does this friend have a name? Oh, what are they doing? No, we'll do it now. I'd prefer to keep back to myself. So, you just done. None of the only business. All right. Äh, so, we'll talk later. So, doch hier und das Sounds sehr, sehr laut. Machen wir mal's Wort. So. Und hoffentlich ist das jetzt besser. Ich habe aber von ihr jetzt nicht verstanden, wo The Dragon's Tale sein soll. Ich habe auch eh an sich kein Wort verstanden. So, wir gehen hier mal raus. Gehen wir hier ein bisschen weiter. Schauen wir uns mal an, wo die Straße hier hinführt. Beziehungsweise wir können hier auch ein Save-Game machen. Ja, Game Description. Äh, nee, das nennen wir dann Cyrus. Hä? Ach so, bei denen ist das ja anderswo mit Z und Y. So. Dann wird das unser Save-Game sein. Ist das erste Mal nicht Max Deo, sondern Cyrus. So. Dann gibt der Arm. Da müssen wir jetzt herausfinden, wo es jetzt zum Dragon's Tale geht. Auf in die offene Welt von Strassnokai. Ist, glaube ich, auch bisher das kleinste Zelda-Scores-Titel. Das auch wirklich mit Story zu tun hat. Mal gucken, wo die sind. Strasse hinführt. Beide auf Gaza und Strassnokai. Verstehe ich gerade echt nicht, wo ich hingehe. Aber mal gucken, wo die Straße hinführt. Da ist schon wieder das offene Meer. Da ist auch eine kleine Insel. Auf jeden Fall. Da bin ich jetzt gespannt. Aber ist auch der erste richtige 3D-Ableger. Was? Achso, ich bin ins Wasser gefallen. Okay. Ich habe jetzt gar nichts gesehen. Jetzt kommen wir aus dem Wasser langsam raus. Dann versuchen wir das nochmal. Aber die Musik ist gerade sehr sehr penetrant. hier können wir springen, ganz normal. Äh, ja, genau. Okay, hier geht erstmal alles kaputt, natürlich. So. Äh. Okay, so geht's auch. Muss man nicht immer alles schnell machen. Jetzt steckt die hier fest. Wo gehe ich hier hin überhaupt? Okay. gibt's hier eine Map? Gibt's hier eine Map? Map ist M. Ich drücke M. Ist auf amerikanische Tastatur die M-Tastatur woanders? Ich habe keinen Plan. Ich habe keine Ahnung wo ich hier überhaupt hingehe. Warum ich hier überhaupt hingehe. was hat sie mir jetzt gebracht hierher zu gehen? Da müssen wir vielleicht zurück auf die in die Hauptplatte. in die Da kommt. Nein. Last, äh, last game, Cyrus? Ja. Okay, hat mich gar nichts gebracht, da hinzugehen. Dann gehen wir zurück. Wann ich von so einem Tintenfisch ermordet? Gefressen einfach. Okay, also weit raus springen können wir auch nicht. Jetzt müssen wir aber erst mal die, äh, Dragontail empfinden. Open Door. Es blockt. Es blockt. Okay, schauen wir mal. Vielleicht finden wir das hier irgendwo. Also bisher noch gar kein Plan, wo das sein könnte. Siona haben wir wieder. Komm, wir quatschen nochmal mit der. Äh, Dragontail nochmal. A friend is meeting me at the Dragontail. Do you know it? Sure, Siona knows it all right. Used to be a favorite of mine to let damn lizard bark you got all high and mighty on me. Does this friend have a name? Okay, come wir machen mal jetzt. Tobias, do you know Do you know it? Did hunting hate goblins? Of course I know it. One of my best customers and I know lieb. Any friend of Tobias is a friend of the and I'll be happy to help you out anyway I can. Okay, Isara from the Maras. Do you know a young lady named Dizarra? Dizarra? Yes, I see the family resemblance. Can't tell you know about her. She was all caught up in the troubles we had when the young prince was killed. Okay, Strass McKay, what do you say to him? around Strass McKay these days? But it's best to keep your mind shut and end up in the catacombers or worse. Okay. The rest can another man with the NACHTRAGEN So, then suchen wir mal den DRAGONTAIL in Rangtales in Muss ja doch hier endlich irgendwo mal sein. Da geht's ja nach oben. Vielleicht ist der oben ist. Enter Harbor Tower Nee. Noch bauen wir hier keine Preise. So, dann suchen wir mal hier. Hier geht's ja auch noch ein bisschen weiter. Wo könnte es sein? Ach, da geht's auch noch weiter. Da geht ja die Stadt auch noch weiter. Okay, dann, äh, ja, dann sage ich nichts. So, das ist nur irgendeine Tür. Das, dass ich nach, äh, nach der Taverne bin. Ragontale, da haben was. Okay, dann gehen wir hier mal rein. Da haben wir das jetzt endlich mal gefunden. Also, ich habe jetzt wirklich, äh, mich gefragt, wo das, wo das sein kann. müssen nur halt richtig in die Stadt rein. Oh, 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 es ruckelt, ruckelt, ruckelt. Das ist der echte, richtige Lizard. Die Agonia. Ich bin derjenige, der schmuggelt seine Lieder für ihn. Der Empire hat beobachtet alle Schäden von diesem Land. Aber ich glaube, viel brauchen wir von dem jetzt nicht zu wissen. So, Drichius, okay. Ah, hier haben wir Tobias. Yep, Iris klar. Ich bin der Ich weiß nicht, was du meinst. Stoß-Machai hat niemand, der mich erreicht hätte. Danke. Ich habe die Lettter ein paar Wochen vorgegeben, Cyrus. Ich habe Angst, dass Dinge für deine Freundin verletzt werden. Okay, Lettter. Hä? Achso. Ja. Wie wissen Sie, wo ich mich erreichen, Tobias? Unsere Weg sind so lange vor. Ich habe es nicht direkt an das Wort. Ich wusste, dass dieser verdammt Wut noch immer in Probleme war, selbst bis heute. Strathra hat sich die mögliche Lösung gesehen. Und durch die Channels habe ich gehört, er hat uns vor Ort aus dem Weg gemacht. Okay, Strathra. Ich wusste, dass Sektum solidified hat die Bretons. Ich wusste, dass die Schöne will. Es ist noch viel Geld, die sich gemacht hat, in der Begründungen der Grenzen, bevor die Provinciale die Dären vergräder. Die Mercenärer sind in großartig demanden, wie unsere Fixer, wie unsere Katrin. Er ist noch nicht so? Ich denke, ich werde ihn sehen, wenn ich weggehebe. Es ist zu lange. Wie heißt du, Wurst? Welche wissen du mehr über Zyra? Nichts mehr als meine Lieder beschrieben. Dass sie weg ist und niemand weiß, wo. Es ist ein schlechtes Gefühl, das mit dem Wettbewerb wurde. Der Gouverneur war nicht beruflich mit dem Kronen, der die Krieg überlebt hat. Ich höre, dass seine Dragegnern voll von überlaut. Und dass viele später in der Börse des alten Quarters sterben. Was hat mit dem alten Quarters passiert? Der Kronen spielte dort nach der Krieg. Es war der letzte Stand. Der Gouverneur hat seinen Dragegner und es war fertig. Der Kronen spielte dort. Der Kronen spielte dort. Niemand, mit dem ich gesprochen habe, weiß, ob sie da war oder nicht. Okay, jetzt muss ich den Dragegner holen. Wo ist der Dragegner jetzt? Es hat auch geschehen. Es hat auch geschehen. Einige sagen, es hat sich zurückgekehrt in die Imperial-Provinz. Andere sagen, dass der Gouverneur es gut verwendet und verwendet in den Katakomben unter dem Palast. Okay, es gibt irgendwelche Katakomben? Es gibt einen anderen Weg in die Katakomben. Es gibt eine Traditionelle Weg. Es ist eine Traditionelle Weg. Ich imagine, dass ich nicht ein Geheimnis enthalten habe. Vielleicht. Ich weiß nicht. Und wer weiß Isra? Was? Wer in dieser Stadt wusste von Isra? Isra? Ich fragiere viele, für Angst, von schlechten Allergien. Also, ich ging zum Tempel Dias. Für die Brüder von Arkei sind neutral, in mortal affairs. Daher, Brüder Nidl, sagte mir, dass Isra hat varniert. Und mich auf dem Weg zu retten. Also, Drikius hier wusste, dass sie mich verliebt. Was? Was kannst du mir erzählen, über Isra? Sie freundete diese Begründung viel bevor die Battle in Hamling Bay. Less nach. Natürlich. Natürlich. Was? Sie war ein fervent einer, du steckst. Sie lief den Empire, nicht in hushed Tonnen. Nach der Begründung, sie disappeared für einen Moment. Sie disappeared drei Monate. Nein, ich spreche vor dem, vor dem, nach der Battle. Viele Kräuter wurden in der Wagen schlafen, wo sie konnten. Ich habe sie nicht gesehen, aber dann ich muss zusehen, dass die Musik da leiser wird. Was dann? Das ist sehr, sehr laut. Okay, Browser auf Archive. Also, die Priester sind immer sicher, dass sie verletzt werden. So wie es kann, der Tempel ist ziemlich öfter von Priester. auch von Browser Nidale. Es scheint, einige der Räume haben auch verletzt. Wo hast du das gehört? Nidale sagte mir, Browser Katral verletzte rund der gleichzeit wie deine Säure. Und dass sie sich mit einem anderen an. Ich habe nicht mehr Informationen. Auf meine Worte, er war sehr hilfreich, aber er hat sich etwas zurückgehalten. Ich würde mich nicht als Paranoia einen schlechten Charakter in Strauss-Machai in diesen Tagen. Außerdem, du bist so wütend. Das war's. Er kann dir mehr öffnen, als Ers Bruder zu sein, als Ers Bruder zu sein, als Ers Bruder zu sein. Okay, dann Tempel. Also das war's dann. Zum Beispiel. Der Hauptprieser, ein Bruder Nidale, war sehr hilfreich in Bezug auf Azara. Er scheint zu wissen, sie gut zu wissen, und hat meine Gefahr über ihre Ersbeziehung. Er ist wert für eine Interview. Ich glaube, ich habe ihn Okay, dann... Ich werde zurück. Wir sind nicht hier. Danke für alles. Alles klar. Find deine Frau und raus. Und send Worte zu Satra. Geh auf, du wirst Cyrus, kann ich dir helfen? Nein, du kannst mir gerade nicht helfen. Es sei, du kannst... Da müssen wir wirklich schauen, dass die Musik hier leiser ist. Oder wir machen das komplett aus. die ganz ein Komponente. Für die und die die in den die 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 so aber dann würde ich sagen ich sehe zu dass ich diese probleme mal zur nächsten folge aus der welt schaffe und euch vielen dank dass sie wieder mit dabei war vielen dank auch dass ihr die ls ross reihe hier rein zieht dass sie mich dabei unterstützt und so weiter dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder zu die ls cross adventures red guard ich bin es euer max deus und ciao so so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020